Die neue Krimiserie. Er ist der Nachkomme Albert Einsteins. Uroh-Enkel und Uneheliche. Physikprofessor und Genie. Wenn Sie ganz, ganz brav sind, dann kann ich Ihnen sogar die Zahl Pi bis auf 200 Stellen nach dem Komma aufsagen. Und jetzt hilft er der Polizei. Aber nur, weil er muss. Kriminalistik leinweilt mich. Ich hab keine Zeit für sowas. Kann Sie auch reinfallen in den Knast stecken, Professor? Sie haben eine Zeugin flachgelegt? Im Ernst? Nein, eher mit ganz viel Spaß. Sie sind unglaublich. Das hat nichts mit Glauben zu tun, sondern mit Wissen. Tom Beck ist Einstein. Die neue Serie. Ab 10. Januar um 20.15 Uhr. In Sat.1.